Und all out there, off and running, stark zum fünften Rennen, bis Heimstecks ein Besuch, da dann ein Unlisted Cup, das Bett formiert sich, er nimmt den Assist, zuerst mal die Spitze, eine gute Position, ganz rechts aus, mit dem Gern ist es, die Armung, innen, ab mit der Sonne, und Alibaba, der Sonne kommt rechts aus, und Niel Kamler kommt jetzt in, in front, Niel Kamler, the favorite takes the lead at the inside, followed by Niel Assis, then number 8, Essil in Samur, followed by Adler Delsso, from the back of the brackets, number 7, Niel Algum, and Alibaba Delsso, Niel Assis, zusammen mit Niel Kamler, gefolgt von Essil in Samur, in guter Haltung, folgt die Nummer 1, Atlet Delsso, gefolgt von der Nummer 3, Estarion, an vierter Stelle, gefolgt von Niel Aschal, jetzt drückt auch Niel Album auf, geht an fünfte Stelle. Number 5, Niel Assis, in the lead, followed by Niel, bei Atlet Delsso, Niel Kamler under pressure, in front position, Niel Kamler kommt jetzt unter den Logenfeld, ans zweiteste Stelle zurück, in front, Rippen. Vorne ist die Nummer 5, Niel Assis, und Niel Kamler, die wir hier nicht gewinnen, Niel Kamler will not win this race, in second most position. Vorne ist die Nummer 5, Niel Assis, lost turn, Niel Assis, in the lead, followed by Adler Delsso, Delsso, man versucht die Nummer 7, Niel Adamum, hier dran zu bleiben, gefolgt von Niel Aschal, Niel Assis, an Adlet Delsso, Adlet Delsso, outside, Niel Assis ist adimmer, Niel Assis, an Adlet Delsso, Niel Assis, Adlet Delsso, Niel Assis, an Adlet Delsso, Der sogenannte Alibaba, der so gefolgt von Niel Aschal mit Niel Alamun und die letztes Jahr schon abfahre, Niel Kammerkopf erst jetzt ins Ziel.